Emeritiert in Edinburgh Der Wettbewerb in Edinburgh endet mit der bereits dritten Medaille für Deutschland im Wasserspringen. Auch im Radsport gibt es Edelmetall. Tina Punzl und Blumassenbeck haben Emeritiert Gold am Nix Synchronspringen vom 3-Meter-Brett gewonnen. Die 23 Jahre alte Dresdnerin und der erst 17-jährige Berliner kamen am Mittwoch im Royal Commonwealth Pool in Edinburgh auf 313,50 Punkte. Silbe ging an Ross Haslam und Grace Reed aus Großbritannien, 308,67. Bronze sicherten sich die Ukrainer Victoria Kesa und Stanislao Ljefeschik, 291,81. Im vergangenen Jahr hatten Punzl und Blumassenbeck bei der Emeritiert in Key Bronze gewonnen. Für die deutschen Wasserspringer ist es am dritten Wettkampftag bereits die dritte Medaille bei den European Championships. Am Dienstag hatten Maria Kujo und Elena Wassenbronze im Synchronspringen vom Turm geholt. Am Montag gewann Massenbeck mit Kujo Silber im Mix-Team-Wettbewerb. Der deutsche Radsport-Hoffnungsträger Maximilian Schachmann ist im Einzelzeitfahren der Europameisterschaften in Glesko nach einer herausragenden Leistung zu Bronze gefahren. Der 24-Jährige aus Berlin absolvierte den 45 Kilometer langen Kurs bei einsetzendem Regen in 54,06,16 Minuten. Schachmann musste sich nur dem wilgischen Vorjahressieger Victor Campeñez, 53,38,78, und dem Spanier Jonathan Castrofio, 53,39,41, geschlagen geben. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Es war nicht einfach. Der Regen machte es am Ende etwas schwierig, es hat gestürmt, und ich habe kurzzeitig nichts mehr gesehen. Aber am Ende bin ich gut durchgekommen, sagte Schachmann, der kürzlich in einem Höhentrainingslager an seiner Form gefeilt hatte, in der ARD. Schachmann sorgte der Weih für die 14. Medaille des Bundesdeutscher Radfahrer, BDE, bei den Multisporttitelkämpfen in Schottland. Neben dreimal Bronze auf der Straße gewannen die deutschen Bahnradspezialisten elfmal Edelmetall. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team